so hallo herzlich willkommen ja destiny geht wieder und wir werden einfach direkt ohne langes gerede weiterspielen venus hat ein aussuche zeichen dann gehen wir direkt mal hin das hat mir jetzt mal schon gesehen augen ist toll und ich denke in das leute ist ein story schiff schiff upgrade nice ep bonus ist natürlich auch gut ich glaube wir werden heute level 20 leute ich glaube wir werden heute 20 ja wir schauen mal aber auch sorry dass das video heute zu spät kommt ich hatte heute früh vor die probleme mit dem sonico klaren ok gut ja also sony hat mich heute früh voll aufgehalten ich musste das schneiden ich habe da zwei stunden drin gesessen nur um diese mit dem movie maker das zu schneiden hat ewig gedauert aber egal gut dann werden wir direkt unser transportmittel rufen und fahren da mal hin so ich weiß ich angegriffen bleibt aber es ist mir so richtig egal warum will ich hier nicht kamera ok doch ich will ich die kamera da muss ich hin oder ist jemand ich registriere einen starken konflikt ich kann damit in ihr netzwerk gelangen ok oh wir sind mal lieber weg um zu reggen regge weg weg jetzt habe ich b gedrückt zum angriff daher war es ja gar nicht mehr wir ja ach so hier ok ok ich weiß nicht ob man das jetzt mitgekriegt hat aber wo ich ihn gerade nicht mehr angeguckt habe wurde seine stimme auch weil man voll leise also die vom geist das war ganz lustig gerade egal wir fahren jetzt länger ok oh was ist das denn Ok, einfach ignorieren und weiterfahren. Oh, das ist natürlich ganz gut, wenn du das jetzt erwähnst. Für uns ist es natürlich auch ganz gut, dass wir auf dieselben Location sind, wo wir schon mal waren. Wir gehen wahrscheinlich in die Bude hier, da sind wir, glaube ich, ganz safe. Ok, wo seid ihr denn? Sterb, Goblin, stirb! Oh, neues Outfit. Ok, geht nach wo? Ach, wir müssen da noch weiter, ok. Wusste ich nicht. Dann halt nicht. Ok. Ha, klasse. Ich bin mir sicher, ich habe das nicht durch Zufall gerade bekommen, mein Super. Ah, die bauen sich da voll aus bei ihrem Move da. Ok. Ok. Andert ist noch ein Tor. Ok, ein Magazin, gleich Tor kaputt. Ok. So... Ok. 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 Ein bisschen mit der Sniper arbeiten, sonst haben wir die einfach nur so und können die nicht beim Orten nicht benutzen. Jetzt werde ich auch nicht bessern, der Sniper, ist ja klar. Mit einem Automatikgewehr zu schießen ist es nicht ganz schwer, deswegen, äh, wir nehmen den Sniper. Wollen wir noch so ein Tor? Lenden, glaube ich, weil der Pfeil auf der Minimap zeigt er hin. Und jetzt nach rechts. Lenden. Okay, nicht unbedingt schwer. Ach, da waren, sag ich das doch, egal. Boom, Tor zur Stadt. Ich glaube, hier oben ist einer. Ich finde das immer so lustig. Da würde ich lieber schießen, anstatt die sich kriegt Schild nehmen. Aber, hm, wem es gefällt. So, du noch. Komm, hier würde ich. Ist ein Tor, oh. Ups, da ist sogar ein Tor, mir war einfach gefallen. Low life, low life, low life, low life. Okay. Stirb. Sobald man den Hatchet gibt, fallen dir die Köpfe ab. Was ist das für Trottel? Das Flaumig jetzt habe ich ja noch nie gesehen. Bitte. Ich weiß, ich kann halt nicht aufs Tor scheißen können, aber Tor ist eh kaputt. Ich weiß, dass ich das nicht aufs Tor scheißen kann. War hier nicht noch einer irgendwo? Ne. Nur der Goblin da. Ich kann ihn bitte schon Roboter Goblin nennen. Ist ein richtiger dummer Name. Die Dinger sind auch nervig, die sind irgendwie stark und wow, ich bin echt tot, ich bin echt tot, ich bin echt tot zurück. Okay. Trotz die Cyber nachfüllen, ach die ist schon voll. Wo ist er hin? Egal. Wo ist er hin? Egal. Ja, ist er tot. So, der Goblin ist auch drauf gegangen. Und dieses Tor da hinten wird auch. drauf gehen. Ja, oder auch nicht. Hier Tor verdäglich. Egal. Haben wir es halt nicht getroffen, ist aber egal. Noch irgendwo eins. Ich sehe da hinten irgendwas bewegendes. und eine Hydra. Okay. Diese Viecher sind aber auch komisch Okay, jetzt ist die Hydra zu licht eben Ah, da oben Okay Gut, ich glaube das war es, hoffe ich mal Obwohl, wahrscheinlich steht hier noch eins Er hat nämlich nichts gesagt, unser Geistfreund Oh Okay Bitte, ich schaue es bis rüber Ach man Ja War mein Problem Ich wollte eigentlich bis rüber fliegen Naja Hat super geklappt Egal, wir sind wieder hier Finden wir den Tor Okay, dann machen wir das mal No Scope is in Destiny, nicht gut Gar nicht gut Wo sind die Feinde Kommen wir da hoch Ah, nee Oh, hier ist eine Plattform Oh geil Dann kommen wir doch hoch Okay, wir haben es geschafft Wir sind oben Du siehst mich nicht Oh Ihr seht das nicht, dass ich hier bin Egal, ab in das Tor geht das Kann ich einfach reinspringen Ah, okay Bringt nichts Aber irgendwie Mein Habe ich mir schon gedacht Sag mal so Okay Dann töten wir die noch schnell Wieder mal Verschwendung unseres Nahkampfangriffes Mann, ist mir jetzt egal Okay Ich schätze, du musst den Ring betreten Okay Schätzt du? Ich mach das mal Okay Hm, danke Ich weiß, wir waren dran schuld, aber Ähm, du bist ein Torlord Zügel an der Torlord Oh my God Ich glaube Sollte man ein bisschen weggehen Ich glaube, die hat ein bisschen viel Leben In deine Mechanik Da muss ich glaube ich reinschießen In deinen Bauch Oder gegen den Kopf Das ist glaube ich auch immer gut Hier Goblins Oh, wir sind gleich down Hier wollen wir kurz save stellen Junge Hä, er ist schon fast tot? Was ist das denn für ein Render? Oh my God Ich will nicht sterben Bitte Okay, danke Da liegt was Das möchte ich gern Danke Oh nein Du hast mich runtergeschmissen Füll dich vor Leben Ähm Okay Wo ist er jetzt hin? Ist nachgefüllt Wo ist der Kaktorlord Dann Okay Ich glaube das wird so nichts Ähm Hier Oh my God Das wird schon schwer Und ich bin auf leicht Und ich bin viele Level drüber Also sieht man Ich bin doch ein Noob Und ich bin einfach nur Voll unvorsichtig Und kann es nicht Komm, er steht da gerade so gut Schieß doch einfach Ich habe mich selber gekillt Geil So macht man das So macht man das So macht man das Ja, perfekt Natürlich wird auch meine Muni Nicht geresettet Okay Gut Meine auch nicht Doch, eigentlich schon Aber Hi Ey, ernsthaft Weich nicht aus Wenn ich auf die Schieß Das finde ich nicht okay Ja Okay, macht Schaden Finde ich gut Jetzt weicht er schon wieder aus Und da weicht nicht aus Wow Spohr doch nicht einfach hinter mir Das ist nicht schön Mein Gott Stirb nicht Stirb nicht Stell dich hier dahinter Und bleib safe Nein, Goblin Nein, Goblin Mein Gott Ich muss Haben wir nicht getroffen Wahrscheinlich Egal Er ist gleich tot Er ist gleich tot Wenn wir ihn tot haben Haben wir es geschafft Dann sind die anderen auch Automatisch weg Komm, Leute, schneller nach Wir haben es geschafft Nice Bauen wir doch seinen Kopf, oder? Äh Wo denn? Wo ist denn der Kopf? Hä? Müssen wir nicht den Haben wir den Kopf jetzt schon? Ach, was weiß ich Ich weiß es nicht Aber War knappes Ding Egal, wir haben es geschafft Und das ist natürlich wieder das Gute Was schla... Ah, okay, wir haben neue Sachen Und wir sind Level 20 Jetzt gibt es die Overpower-Sachen Ich glaube, wir werden nicht zur Folge Dann einfach mal direkt In den Turm gehen Und uns ein paar neue Anziehsachen kaufen Und wird es glaube ich ganz nice Okay, 20 Minuten War jetzt nicht so lange Finde ich aber auch nicht schlimm Ich habe sie eben ein paar beschwert Dass die Folgen wir deswegen So ewig lang gehen Also 20 Minuten Passt doch Gut Dann Mal schauen, was passiert jetzt noch Kommt irgendwie Filmsequenz Mal schauen Mal schauen, was passiert jetzt noch Und das macht sie noch Bis dann Bist du? Bist du bist ein Schindel Hat du sie gesehen Von der Freikide und dem Versammel Ist das eine sehr gute Zeit Wieso wird es auch Bist du? Bist du? Wird kein Teil mehr Wird erledigt Bist du? Bist du? Bist du? Gott ist es Bist du? Wir müssen den schwarzen Garten füllen. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es Ihnen jetzt. So vor dem Tor läuft nach dem, was wir in der Aspekte werden können. Aber, wenn Sie sichern im Tor vor, drinnen Sie doch einfach um. Wer in der Tiefe angart zu können, so hat es trotzdem seine Reiten. Nein, die Tiefe ist Loyalität. Sie haben jetzt vor. Aber, wenn Sie sichern im Tor, dann erst einmal die Tiefe erinnert. Die Tiefe ist die Hände in der Tiefe. Und dann ist es nicht. Nein, dass Ihr vor sei. Es ist ein bisschen, was wir jetzt noch einmal. Und dann ist es nicht mehr. Und dann ist es nicht mehr. Dann kann ich die Tiefe schlafen. Vielen Dank. 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 Okay, das ist natürlich geil. Das wollen wir haben. Okay. Wir haben eine... Ah, okay. Oh yeah. Können wir rausrüsten. Gut, die brauchen wir nicht mehr. Die werden wir dann noch enthüllen. Hier was Neues? Nein. Gut. Dann... Gehen wir jetzt noch schnell zum Türmle. Wir haben ja noch Zeit. Oh, hier ist Mars. Oh, hier ist Mars. Riff. Darf ich auch Merkur? Ich bin mir nicht sicher, ob man Merkur auch spielen kann. Aber das sieht schon sehr voll aus hier. Ich glaube, wir sind dann mit Mars dann fertig. Was bist du? Oh, oh, oh. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, nee, nee. Wollen wir nicht hin. Ab zum Mond. Ach, ähm, zum Turm. Bistum. Klasse, das dauert mal wieder ewig. Ah, okay. Wahrscheinlich kommt kein Text, weil es ist ja keine Mission. Mal schauen. Gab da aber ein Schiff-Upgrade. Können wir das jetzt einlösen am Turm? Es steht ja da, Schiffs-Upgrade. Also müssen wir jetzt mal zum Schiffsmeister gehen und mal fragen, ob der was hat. Wird uns wahrscheinlich direkt an den Kopf geschmissen, dass wir da hingehen sollen. Mit einem grünen Symbol. Mitten in unserem Gesicht. Nee, so extrem ist es nicht, aber ich glaube schon. Ähm, ich habe jetzt auch den Ton ein bisschen runtergeschraubt. Ich hoffe, man kriegt das irgendwie mit, dass das jetzt nicht mehr so laut ist, sondern meine Stimme jetzt noch lauter ist. Hoffe ich mal, das ist nicht schlimm. Weil bei Sonic war das schon ein bisschen extrem mit dem. So, halt. Ja, wir müssen schon... Ich kann wieder nicht sprechen. Vor allem konnte ich nicht lesen, jetzt kann ich nicht sprechen, geil. Was hat denn der an? Egal. Ich möchte gerne, dass du das und das machst. Okay. Lass den Reif nicht erhalten, um Arcana-Wort dann nicht... Im Moment gehen und dann verbrennen uns noch auf eine. Oh, der sieht nice aus. Den behalten wir. So, sorry, Level 14 Reif. Ach, ich behalte dich noch. Muss ja nicht alles wegschmeißen. So, naja, wenn man jetzt das Ding an sich anguckt... Nein, geh weg. Niemand mag dich. Okay. Gehe daher, dass wir noch Zeit haben. Oder wir haben gar keine Zeit mehr. Es ist schon 30 Min gleich. Okay. Okay. Was willst du? Haben wir irgendwas geschafft? Oh ja, haben wir. Okay. Ab hier hinter. Unser neuer Reif sieht so lustig aus, wenn er so leuchtet. Finde ich lustig. Oh, wir kriegen wahrscheinlich was. Oh, Reif haben wir brauchen wir nicht. Ähm. Naja. Ich werde nichts sagen, aber... Man sieht, glaube ich, wohin das ausartet. Ähm. Ähm. Nee. Wollen wir nicht, wir nehmen das da. Ja, finde ich gut. Wir haben was gekriegt. Was bist du? Ein Shader. Wow. Ja, nice. Das, das sieht natürlich gleich wieder episch aus. So, Vorhutrüstung, ja. Level 20 haben wir. Ich finde nur noch die Vorhutmarken und Vorhutdranken. Klar, ich trage auch die lila Farbe in mir. Aber das sieht man nicht aus irgendwie. So. Können wir hier was kaufen? Ich weiß, dieke Marken 6. Oh mein Gott. Voll teuer. Egal, wir haben ja noch zwei Ziele. Einmal hier unsere Postfrau, da können wir aber gar nicht mehr mitnehmen. Also gehen wir direkt drunter. Der Shader ist nice, muss ich einfach sagen. Also, wir haben einen Shader, lassen wir nicht damit. Dass mir die Farbe jetzt nicht gefällt, ist glaube ich irgendwie klar. Aber, okay, mir gefällt das Lila an sich nicht. Aber das passt gerade irgendwie so. Weil dieses Blau-Lila und dieser Ring noch dazu, der wieder zu dem Blau passt. Und ja, das sieht schon nice aus. Okay, was kriegen wir für unser Chef? Wir dürfen uns ein super cooles Schiff kaufen, mitnehmen. Was? Äh, wie siehst du aus? Wahrscheinlich dasselbe, aber nur in anderen Farben, oder? Ne, sind immer andere. Und das letzte? Wir nehmen, glaube ich, das letzte. Wir nehmen das da. Danke, finde ich gut. Hoffentlich sind die Ladezeiten dann auch richtig schnell. Okay. Yay, nice Chef. Oh ja. Passt zu unserem Shader, passt zu allem. Eigentlich wollte ich mir ja mal ein Schiff kaufen, aber dann... Naja, ihr seht ja, was draus geworden ist. Egal. Unsere Rüstung ist cool. Gut. Dann haben wir jetzt zwei, drei Minuten. Ginge eigentlich. Da unten steht jemand. Wer bist du? Roboter wahrscheinlich. Das ist ein Schiff, wird gerade gebaut, repariert, ist mir egal. Aber, okay. Gut, wir haben es jetzt geschafft. Sehen wir uns nochmal an den Typ von vorne an. Geht. So, okay. Gut, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und, ja, bis dahin lassen wir doch ein Buch da, für dieses schöne Schiff da, was irgendwie zehnmal größer ist als das da hinten. Aber, egal. Gut. Okay. Oh, nice Schiff, okay. Gut, dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao.